Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind ja eine Woche im Disneyland Paris und da ich ja schon seit Jahren hier ins Disneyland komme und es noch nie geschafft habe, nach Paris in die Innenstadt zu fahren, haben wir uns das jetzt heute vorgenommen, heute Nachmittag. Und in diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie das geht, was für ein Ticket ihr braucht, wo ihr einsteigen müsst, wo ihr aussteigen müsst, wie ihr zum Disney Store kommt. Jetzt ein bisschen dunkel, tut mir leid. Und wir auch zum Eiffelturm kommen. Das sind nämlich unsere Hauptziele heute. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir wieder zurückfinden. So, jetzt sind wir hier am Bahnhof, äh beim Disneyland Paris. Das ist Disney Village. Wir gehen jetzt hier rein, weil wir ein Ticket brauchen. Und ja, schauen wir mal. So, erstmal müsst ihr die Sprache Deutsch auswählen, denn wir haben keinen Passnavigo, was immer das ist. Dann brauchen wir, da müsst ihr auf Mobilis klicken. Zone 1 bis 5. Und davon brauchen wir zwei, weil wir zu zweit sind. Das ist ein Tagesticket für knapp 18 Euro. Und damit kommt ihr einmal hin und zurück und könnt auch in der Stadt die Metro benutzen. So, da ist das Ticket. Und jetzt gehen wir hier zu RER Richtung Paris. Oh, die Tore öffnen sich. Also hier oben sind wir. Da steht auch Parks Disneyland. Und wir fahren bis Charles de Gaulle. Und da soll auch direkt die Champs Elysees sein. Und übrigens, wenn ihr shoppen gehen wollt, Valde Europe ist auch nur einen Stopp entfernt. Da gibt es auch das große Einkaufszentrum, Primark, Supermarkt, was auch immer ihr braucht. Fahrt nach Valde Europe. So, wir sitzen jetzt in dem Zug. Und die Fahrt dauert ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde. Jetzt ist es gerade sehr hell. So, jetzt. Und falls ihr das Video in ein, zwei Jahren guckt und euch fragt, warum ich die ganze Zeit eine Maske trage, Es ist zur Zeit, sind die Corona-Maßnahmen hier im Disneyland Paris oder in allgemein in Frankreich. Und deswegen muss ich überall eine Maske tragen. So, wie eben angekündigt, sind wir bei Champs Elysees ausgestiegen. Und? Nein, Charles de Gaulle. Das stimmt. Aber wir sind auf der Champs Elysees. Ist das die Champs Elysees? Ja, das ist, glaube ich, die Champs Elysees. Weil der Art de Triumph dahinten steht. Jessie? Ja. Da, da ist er. So, wir sind jetzt gerade auch. Genau. Also, dann suchen wir mal den Disney Store. So, wir sind jetzt einmal um den Arc de Triumph rumgelaufen. Wir wollen jetzt hier ein paar Fotos machen. Und suchen da an den Disney Store. Safety first, ne? Wir tragen unsere Rucksäcke vor der Brust, weil wir Angst haben, dass die beklaut werden. Und ja, wir laufen jetzt die Champs Elysees runter. Da hinten soll der Disney Store sein. Da ist zum Beispiel Louis Vuitton. Wir haben auch schon Bulgari gesehen. Das ist natürlich alles Läden für uns. Unsere Kreditkarte wird glühen. Nein. Wir laufen hier nur runter. Können Sie die da nicht mal reinstecken? Die würden schon sagen, sie haben hier leider nicht genug Wuthaben drauf. Ne, wir laufen aber, wir genießen es hier gerade so ein bisschen. Ist ganz schön viel los. Und ja, jetzt laufen wir weiter zum Disney Store. So, wir haben ihn gefunden, den Disney Store hier auf der Champs Elysees. Hier begrüßen uns schon Woody und Bubi. Sehr schön. So, wir sind jetzt die Champs Elysees einfach weiter runtergelaufen. Tipp von mir, holt euch Google Maps. Google Maps hat ja einmal die Zu-Fuß-Strecke, aber auch Bahn. Und das haben wir jetzt gemacht. So haben wir jetzt die Metro gefunden. Und jetzt nehmen wir die M9 Richtung Pont de Sauvray. Ich kann kein Französisch. Und ja, das sind dann eine Station. Und dann müssen wir noch 14 Minuten laufen. Und dann sind wir am Eiffelturm. So, die M9. Und dann, wir steigen bei Trocadero aus, weil man da wohl einen schönen Aussichtspunkt haben soll. Und dann auf den Eiffelturm. Und unten ist schon Jessie. Wenn ihr bei Trocadero aussteigt, seht ihr schon das Zeichen für Eiffelturm. So, da ist er. Da ist der Eiffelturm. Und hier ist wirklich ein sehr schöner Fotospot, wo man schöne Fotos machen kann. Mit sich selbst, mit dem Eiffelturm. Ohne sich selbst. Genau, und das machen wir jetzt. Also, wir fahren jetzt wieder mit der M6. Richtung Charles de Gaulle. Und steigen dann in die RER um. Ich habe meine neue Donald-Macht drauf. Die hängt auf halb 10. Habe ich die Freistung an? Egal. Egal. So, meine Lieben, ich sehe euch gar nicht, weil die Sonne mir so stark ins Gesicht scheint. Wir sind wieder in Paris angekommen. Wir sitzen jetzt gerade, ja, ich sitze gerade da. Hinter mir sind die Toiletten am Parkplatz. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen, wie man nach Paris kommt. Es hilft euch weiter, falls ihr mal plant, nach Paris zu fahren. Bitte rechnet die lange Fahrt hin und zurück ein. Also, knapp zwei Stunden. Plus dann, ja, noch die Sightseeing-Tour. Also, man muss schon einen kompletten Nachmittag mit einrechnen. Also, einen halben Tag, ja, müsst ihr euch schon dafür Zeit nehmen. Ansonsten, ja, hoffe ich, ich habe euch damit weitergeholfen. Ich darf das erste Mal für mich, dass ich von Disneyland Paris, nach Paris in die Innenstadt gekommen bin und mir mal den Eiffelturm angeschaut habe und meine Disney-Store gegangen bin. Genau. Und, ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Infobox. Nicht in die Infobox, einfach unten kommentieren. Und, ja, meinen Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.